Ich komm mit dir, Yasmin. Das ist so schlimm. Was hast du gemacht? Butter fürs Leben. Los, geh nach Hause. Hol dir eine Kettenpferde. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Was hast du gemacht? Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Das ist so schlimm. Hallo, weiß ich, wie geht's? Helm!